Hallo und hallo zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute machen wir Whoopie Pies. Ich weiß, dieses Rezept bzw. Rezepte für Whoopie Pies gibt es massenhaft auf YouTube, aber es ist nun mal meine Lieblingsbackware und deswegen mache ich sie heute. Wir brauchen für die Whoopie Pies Kakao, Zucker, Mehl, Milch, Backpulver, zwei Eier, Salz, Vanillinzucker und zerlassene Butter. Das sind jetzt allerdings nur die Zutaten für den Teig, für die Füllung. Zuerst gebt ihr 140 Gramm Butter und 140 Gramm Zucker in eure Rührschüssel und schlagt das Ganze auf. Dann vermengt ihr 250 Gramm Mehl mit 6 Teelöffeln Kakao. Und dann könnt ihr eine Prise Salz und einen Teelöffel Backpulver hinzugeben. Dann gebt ihr hierzu, wenn es dann weiter rührt, die Mehl-Kakao-Mischung und 110 Milliliter Mehl. Und lasst es dann langsam vermengen. Macht es nicht zu schnell, weil sonst habt ihr eine Mehl-Kakao-Wolke im Zimmer. Und die zweite Lade. So, jetzt ist alles drin und deswegen kümmere ich mich jetzt um die Backpläche. Dann braucht ihr zwei solche Backpläche, die ihr mit Backpapier auslegt. Und so sollte der Teig dann aussehen, wenn er fertig ist. Und den Teig zu portionieren, braucht ihr dann noch so einen Vorlegelöffel, so einen breiteren. Und dann fangt ihr an, den Teig in solche kleine Häufchen zu portionieren. So, meine zwölf Hälften sind jetzt fertig. Ich versuche sie nicht so dicht, wie ich das jetzt hier gemacht habe, aneinander zu legen. Denn die gehen natürlich noch etwas auf. Und im Anschluss werde ich sie jetzt mit etwas feuchten Fingern ein bisschen glatt machen. Weil dann sehen sie einfach schöner aus und gehen auch nicht so auseinander. Wenn ihr euch nicht die Finger schmutzig machen wollt, könnt ihr das auch mit einem nassen Löffel machen. Das funktioniert auch. Wenn ihr sie begradigt habt, kommen sie bei 180 Grad Heißluft, beziehungsweise Umluft, für 10 Minuten in den Backofen. Die Zeit könnt ihr gut nutzen, um eure Schüssel, insofern ihr nur eine habt, wieder sauber zu machen. Und auch gleich schon mal den Rost vorzubereiten, wo die Whoopie Pies die Teiglinge dann gleich ausfüllen können. Zwischendrin mal nach den Whoopies schauen. Sieht ganz gut aus. Die sind allerdings etwas flach noch. Ich hoffe, sie werden noch etwas höher. So, die 10 Minuten sind jetzt rum. Ich denke, sie sind ganz gut. Ich mache jetzt gleich den Stäbchen-Test. Ihr wisst schon, Stäbchen reinmachen, gucken, ob Teig dranhängen bleibt. Wenn ja, noch ein bisschen drinnen lassen. Wenn nein, könnt es ja... Um sie vom Backpapier abzuheben, auf den Rost nutzt ihr am besten so einen Teigschaber. Damit kriegt man sie ganz gut ab. Bevor ihr die Füllung macht, lasst die Whoopie Teiglinge sehr gut auskühlen. Denn die sind am Anfang noch relativ, ja wie soll ich sagen, lapperig. Und sie werden aber dann, wenn sie ausgekühlt sind, fester. Ansonsten brechen sie euch durch, wenn ihr dann nachher versucht, die Füllung draufzumachen und sie aufeinanderzusetzen. Für die Füllung benötigt ihr dann 200 Gramm Frischkäse, 200 Gramm Butter. Die werde ich gleich noch in der Mikrowelle etwas erhitzen, dass sie schon ein bisschen flüssig ist. Außerdem zwei Päckchen Vanillezucker und 200 Gramm Puderzucker. Jetzt gebt ihr die Butter, den Vanillezucker und den Frischkäse in den Topf und tut das Ganze mit einem Schneebesen verrühren lassen. Wenn das Ganze so leicht steif geschlagen ist, gebt ihr dann nach und nach die 200 Gramm Puderzucker hinzu. Wenn das Ganze so gut vermengt ist, dann schlagt ihr das Ganze auf höchster Stufe noch zwei Minuten auf. Die Creme verteilt ihr jetzt auf die Hälften und dann tut ihr die anderen Hälften drauf. Und dann gebt ihr die Pais für circa zwei Stunden in den Kühlschrank. Boah Appetit und bis bald!